hallo und herzlich willkommen auf dem kanal vom planet firework heute wird es kunterbunt ist eine fächerbatterie von röder feuerwerk aus der ultra edition kunterbunte fächerbatterie mit kräftigen bunten brillantsternen kaliber 30 mm 500 gramm in ihrem also voll ausgereizt die kiste 25 schuss 20 bis 25 meter steig um 15 sekunden brenndauer ist gar nicht so lange für 25 schussbatterie aber ja es soll halt auch alarm machen und manchmal ist das zügigere doch ein bisschen besser als das träge damit effekte auch gut wirken ja ist eine riesen kiste schaut euch meine hand dagegen an auch ich fasse jetzt mal von oben so an ist wirklich ein großer 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 koffer hier ja hier steht drauf fächereffekt kunterbunt einer meiner lieblings effekte also multi color und von daher bin ich selber auf den test riesig gespannt ich wünsche euch viel spaß beim zusehen leute wir sehen uns draußen mit kunterbunt da weiß man ja gar nicht wo man hinhalten soll seien han��다 sie ein Untertitelung des ZDF, 2020